Warte. Richtig ist so, als wenn es ein ganz normales, ganz normales Chille wäre. Yo David, übrigens. Hä? Hast du mir mal einen Gefallen tun? Ja. Sag mal Lick. Lick. Jetzt sag mal Lick mit vier Buchstaben. Lick. Ich hör's aber aus, den Unterschied. Wenn man an den Ton auf einmal untertämpft soll, dann auf einmal ein bisschen weiterentwickeln. Lick. Und dann wird noch so, das ist wie ein paar schäuze, die Schlecke für die Schlecke wieder wiht. Die Schlecke. Die Schlecke.